Oh ja, da wird sich geputzt. Cat Cam da. Bitteschön. Und wenn wir A mal anspielen, aber diesmal dann B gehen? Endlich aufs Barrier rauf. Das ist absolute worth, auf jeden Fall. Da steht was Closed Con oben, down. Water. Yolo. Con, Con. Keine Ahnung, warum ist denn hier niemand? Er ist Low. Junge. Da ist einer. Er ist nicht Low. Er war nicht Low. Hab ich doch richtig gehört. Einfach alles pre-firen. Einer Garage links und einer rechts. Rechts down. Links auch down. Ist da... Der Rest ist schwierig. Und dann stimmt Jill einfach nur rein. Die kann der Mitte sein. Haltet ihr von A nicht? Nö. Wir halten halt A. Danke dir, Digga. Ja, Bombe down. A ist echt mid. Super. Super dann auch. Gefunden. Hinten. Der war hier... Oh... Nee, der war... Nee, ist unten. Gegen den Zwischengang da. Ja, genau. Also hier und wenn du hier runter gehst und dann rechts. Klatsche. Genau da. Da war der. Bin dabei. Oh, das war zu leicht. Schön mit der Classic. Nice. Mit zwei HP auch. Warum denn auch nicht? Da steht links oben mit. Oder er geht back. Es kann back gegangen sein, aber es könnte auch noch top mit haufen. Nee, nee, der steht noch da. Hallo? Der reagiert halt auch nicht mal. Ist zum... Na, ist halt noch. Ach, okay. Auf den hatte ich aber Bock. Ciao. Spike down, B. Ciao. Oh, jetzt wollte ich... Jetzt hab ich die... Two more and B. Jetzt hab ich die Dash-Taste gesucht, aber... Naja. Währenddessen bin ich halt schon da umgegangen. Ja, jetzt zur Seite dashen wär's halt gewesen. Aber easy tap. Okay. Fast ein Movie. Ey, also... Two tap kann man ja schon mal... Auch so für sich als Movie lassen, oder? Ja, das ist doch wunderbar. So hab ich mir das doch vorgestellt. Jetzt ist alles richtig. Jetzt ist alles richtig. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Bye. Tja halt. Okay. Vielen Dank.